Heyo Sykes und ich komme zu allem wieder auf meinem Kanal Maurice Sykes und ich habe hier ein paar Infos für euch. Es gibt eine gute Info, es gibt auch eine schlechte Info. Es ist alles Ansichtssache, muss man selbst sagen. Ich meine, diese schlechte Info, die lässt sich mit der guten Info schon so überbieten, also wieder gut machen. Und zwar, wie einige Flash von euch wissen, könnten, dürften, müssten, wie auch immer, wie aktiv sie sind oder seit wann ihr Abonnenten seid von meinem Kanal Maurice Sykes. Dürftet ihr euch bewusst sein oder bekannt sein, dass ich damals ein Tonight V Ride Video geplant hatte mit ein paar Abonnenten und ganzen Kram. Dies ist eigentlich abgesagt, denn es ist der Grund, weshalb es auch gesagt wird, ist, dass ein paar Dinge zukommen sind mit Synex und auch mit der GGE Crew, mit der German Gaming Elite. Ja, German Gaming Elite, genau. Da sind ein paar Sachen zwischenkommen und dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten noch so im Ärmel. Die werde ich aber später irgendwann halt noch lüften mit dem Video selbst. Und ich habe damit, in diesem Moment, wo dieses Video online gegangen ist, ist auch ein anderes Video online gegangen auf dem Kanal. Und zwar Ventura Bay Inklamant Teaser. Das ist nämlich quasi meine Montage dazu, weil ich halt Bock hatte, einfach eine Montage zu InfoSpeed zu machen, also sprich InfoSpeed bei Maurice Sykes, der Montage halt. Und deswegen, also nimmst du dich böse, weshalb ich dann jetzt das Tonight V Ride Video abgeblasen habe und dafür jetzt das Ventura Bay Video mache. Ich hoffe, du bist nicht böse. Wir können irgendwann auch Tonight V Ride machen, aber vorher ist es abgesagt und damit bin ich raus. Euer Sykes. Macht's dich gut, macht's besser. Woh! Woh!